Herzlich Willkommen bei der Children of the Seed Community. Und freut uns, dass ihr alle mit hier dabei seid, auch Freemann. Wir hoffen, wir haben eine gute Woche. Der Wind sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für die nächsten Tage. Erstmal eine kleine Welcome-Drink-Runde. Dann starten wir hier, lernen uns einmal alle kennen, stellen uns ein bisschen vor, mal schauen, wie so die Ziele von jedem sind und was ihr so erreichen wollt in der Woche. Und ab morgen würden wir dann starten. Da würden wir heute Abend nochmal den letzten Forecast checken und gucken, wann es Sinn macht morgen. Bisher sieht es so aus, als würden wir morgen besser früh als spät starten, weil gegen Nachmittag der Wind berunter geht. Das heißt, es könnte sein, dass wir morgen einen Early Bird machen. Also lass deine letzte Flasche haben, war noch heute Abend besser als ich. Vom Kiten her, ich bin ein Oldschool-Kiter. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020